Am 10.10.2023 um 16.31 Uhr wurde die Polizei Bonn zu einem Auffahrunfall zu der Straße am Probshof alarmiert. Es war ein Sachschaden von ca. 1500 Euro entstanden. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Und euch auch weitere Videos von mir anschaut.